Geil der Fokus Ein neuer München-Vlog Wir starten hier an der Kirche mit dem Ferrari Omologata Das ist schon nicht schlecht Ein neuer München-Vlog Die Schöne dauern Die Schöne dauern Die Schöne dauern Jetzt wird Dekăn Dann soll ich schon mal ? Die Schöne Let's get you. Ich finde es einfach so geil, dass schon Frühling ist. Scheiße und die Sonne richtig geil. Das war jetzt der erste Tag. Wahrscheinlich wird es so ein Minivlog. Weil ich wollte jetzt eigentlich nicht übers Wochenende vloggen. Weil da kommt etwas Größeres, sage ich mal. Aber es war heute schon richtig der Tag. Wir haben am Anfang ein Diablo gesehen. Den kann ich euch gleich noch reinschneiden. Dann haben wir den GT2S verpasst. In so einem Türkis. Aber leider keine Bilder mehr geschafft. Nicht mal Proofshows leider. Aber der war schon sehr geil. Und dann halt einfach noch Rennen mit Omologata. Genau. Und ja, wir sehen uns morgen. Neuer Tag. Neues Glück. Wir starten den heutigen. Mit einem McLaren. Hat sich leider nicht gereimt. Ziemlich schade. Aber egal. Trotzdem ist es hier. So. Ein DB9 glaube ich. Junge, ich pass auf. DB9 Volante. Schwarz. Geiler Innenraum. Ah ne. Sogar blau. Geil. Da ist ein Ungroß. Und hier war auch noch irgendwas. Glaube ich. Ein Kaiman GT4. Oder ein Boxster Spyder. Wir schauen nach. Ein Kaiman GT4. Alter mein Fokus. GT2S. Und die H-Weber. Alter wie geil. Weißer. Blancher. Delta. joka. ๊ach. Schwer. Da wird auch mal. Ja. Da wurde mehr Epoch. just. Hey, ich hab Contain. Tür166, so für sich diese Barez. Das ist nur großartig, aber die Yeshua hat nicht geweint. Alter, was für ein geiles Finale für diesen Vlog. Das war bei mir aber auch wieder ein Master. SF90 Panale mit dem Fiorano Package. Haben wir zwar schon mal gesehen im letzten Vlog. Das war es jetzt eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Wir haben den SF90 Stradale gesehen. Das war übel geil. Weil wir sind aus dem Max rausgefahren. Kurz bevor wir weg waren, kamen wir einfach. Und ja, ich wollte halt wie gesagt den Mini Vlog machen. Heißt zwei Tage Mittwoch und Donnerstag. Jetzt war es das auch schon wieder. Morgen fange ich an mit einem neuen Projekt. Und das wird ein bisschen größer. Und es kommt dann in einer Woche. Kommt es dann. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis dann. Ciao. Die Flachst impresionen, die drast verwenden Einst 벌, der sich um sugars andenken aus.